Hallo und herzlich willkommen bei TopEffektiv. Wir befinden uns hier auf unserem Blog und wir möchten Ihnen in diesem kurzen Video unseren Blogartikel vorstellen, der sich mit dem Thema beschäftigt, Werbebrief, Inhalt und Gestaltung. In diesem Blogartikel behandeln wir folgende Fragen. Wie kann man mit Hilfe eines Werbebriefs Aufmerksamkeit bei seiner Zielgruppe wecken? Wie muss ein Werbebrief formal gesehen aufgebaut sein? Wie muss man die Ansprache der Zielgruppe wählen, um seine Marketingziele zu erreichen? Warum ist es wichtig, dass der Kunde im Werbebrief immer im Mittelpunkt steht? Wenn Sie dieser Blogartikel interessiert, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unseren Blog besuchen. Dafür brauchen Sie lediglich den Link unterhalb dieses Videos anzuklicken und Sie gelangen direkt zum Blogartikel. Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.